willkommen zur zweiten runde vom arena inter server gegen den korea server diesmal ja es ist gerade dienstag 23 uhr ich habe hier vier von neun defense wins schon ich habe sie auch umgebaut also ich habe er für nana reingetan allerdings hatte man auch schon zwei defense wins also ja keine ahnung so schaut einfach mein ariel aus petting wie minus wasser damage keine ahnung was irgendwie einen großen unterschied macht so schauen wir mal was im korea server steht und wir sind schon wieder auf verlieren es geht ab global einfach nur scheiße was arena angeht ok da machen wir eindeutig sowas ja ok triton na gut wenigstens vierten skill jetzt dann ok kann mein karl irgendwas vernünftiges machen oder verlieren wir gleich den ersten fight ha scheiße provokt meine riley attack breaking ok nice dann er stript mich da halt damit haben sie nicht viel ist da irgendwas nana ok las vierten skill machen dass wir wieder immunity haben ich weiß zwar nicht wofür aber ok focus auf sein karl ok unsere reek kommt endlich mal dran ist dann zwar nix aber landet ein hoffen dots ja dritten skill brauchen wir gerade nicht so karl stirbt an den dots was irgendwie blöd ist wenn man dann nie ein stack kling für nana allerdings ist glaube ich eh schon wurscht deswegen killen wir auch jetzt den fairy king oder auch nicht ok riley's wurde broken einfach der vierte skill weil du einfach einen scheiß gibst ob du gesilenced bist oder nicht das ist so so overpowered so jesus wie lange der fight schon dauert also wirklich das gute oder irgendwie weiß ich nicht ob es so gut ist es halt wirklich kein zeitlimit gibt so dritten skill mal ich werde auch vielleicht irgendwie so ein team mit bollwerk molung oder so bringen irgendwie hat es mir letztens in den kommentaren geschrieben hat das gegen irgendwas gut wäre auch wenn ich wieder vergessen habe gegen was aber ja macht natürlich sinn na bollwerk molung team gegen irgendwas halt aber na gut ich wünsche ich wäre höher wirklich ich würde gerne wissen wieviel punkte man ankriegt so hoffen wir mal dass wir outspeeden oder bekommt den dings auf einem raku auf mann fuck jo kann man man schatz feuer rius ja auch komplett useless na okay also das würde mich jetzt wundern wenn man rio das gewinnt ja und natürlich halt der attack break ach scheiße verdammt nochmal verfickter triton ohne spaß oh mein gott was ist das ja es kotzt mich ich meine es ist eh wurscht es bringt dir eh nix wenn du alle gewinnst aber ja es fuckt halt natürlich an wenn du gleich einen zweiten verlierst jesus was ist das sagt was machen wir dagegen ja boah ich hab keine ahnung ich will den gar nicht detecten scheiß feuer rius habe ich mir auch besser vorgestellt ganz ehrlich der macht irgendwie ja der macht irgendwie nie irgendwas vernünftiges na gut gott ich hasse dich syvenna na gut der war easy als bin ich eh schon demotiviert ohne scheiß die man mit ihren scheiß hellfosses ha mein gott was ist denn da los heute ich meine ja ich glaub schon dass das team da gewinnt aber das dauert auch sicher wieder uhr lange oder oh nice riley hat mir irgendwie resisted ok ah scheiße lydia lydia hat noch will und unser kack karmel glancing trifft gar nix dann irgendwas vernünftiges machen ich meine ist eigentlich eh wurscht oder wook ihn stun ihn keine ahnung instans kill ihn ok warum macht er keinen dritten skill so kill den kill nigong ha schafft man das ich glaub schon oder schaut glaub ich gut aus jo na gut so valantis down lande paar dots aufna und lydia ok lydia absolut kein damage grad ich weiß gar nicht ob da irgendwie dots bei ihrem passive auch dazu zählen irgendwie glaub ich fast nicht ne das ding ist halt sie macht eh keinen damage wenn da irgendwie nicht so deathbreak oder was oben ist außer sie hat da weiß ich nicht wo viel damage davor gefressen aber egal so ok da bin ich mir ziemlich sicher dass wir outspeeden allein schon wegen dem base speed und tschüss ja hätte ich irgendwie hätte ich nicht machen sollen irgendwie so so auf hoffen halt nach wegen dem triton hoffen halt nach wegen dem triton was machen wir da ha muss man da ha muss man scheiß jolo sein da oder lass ihn bringen oder lass ihn bringen zuiki so pfff 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 quad stun ne clarion aber danke dass du wenigstens rausprockst ja da hätte ich mir jetzt irgendwie auch mehr erwartet ganz ehrlich war gut kill mein fairy king die mehrere die turn ja ructured immer ein Dingens. Jo, beruhigt. Jo, was ist das? Oh mein, was ist denn das für ein Scheiß? Vielleicht hätte ich den zweiten Skill usen sollen, oder? Oh mein Gott. Wie viele Viaprocs waren das gerade? Ihr Scheißen, oder wirklich? Jesus. Muss mich wieder behindert dann in der Zukunft, Fairy King, ne? Ach, naja. Eh schon wurscht, weil, ja, 25 Wins wären es eh nichts. So. Warum nicht, oder? Vielleicht haben wir Glück und keinen Perla mit Lucian. Aber ich kenne mal den Retesh. Ne. Oh mein Gott. Wie killen wir den Retesh? Komm, kill Scheißperna. Oh mein Gott. Nein. Danke. Okay. So, Reset ihn. Scheiß Defense Buff. Habe es eh gewusst, dass er Viaprocs hat. Bastardo. Deswegen habe ich das zweite Skill mit Fairy King gemacht. Komm, kill ihn, bitte. Das Ding ist halt unser, unser... Unser Fairy King kann halt nichts machen, ne? Der stirbt halt einfach gleich. Oh ne, Proc jetzt nicht. Proc jetzt nicht. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Hätte man wieder verloren, wenn er gerade geprockt hätte, den zweiten Skill. Okay. 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 Scheiß, die man hat dann. Korea, so. Okay, ha? Das mit Triton war eh mein Fail. So, was ist das irgendwie? Okay. Da brauchen wir irgendwie noch ein bisschen Wasser... 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 Damage. Oder kannst du Kaki killen? Ne. Oh Scheiße, was? Was ist da? Ja. Ja, super Theo. Proc nicht. Oh mein Gott. Sehen wir beim letzten Mal besser aus. So, was ist das? Okay. Das ist sowas. Sowas ist das. Ich wette, der Belly resistet gleich und dann verlieren wir instant. Jesus. So, scheißegal. Okay, Hauptsache der Belly wird resettet. Okay, brav. Boom. Das ist immer so scary. Scheißegal, was er nicht resettet. Obwohl er eh, weiß ich nicht, 81 Decrecy hat. Genauso wie da. So. Eher müssen wir resetten. Oder nicht critten. Eins von beiden halt irgendwie, ne. Ja. Wie die scheiß Molly auf meine Elisha geht und scheiß Attack Buffs strippen will, hm. Kill. Okay, nice. Naja. Wenigstens dauert scheinbar nicht so lange wie beim letzten Mal. Aber... Mal schauen, was da irgendwie noch kommt. So. Wow, wie sie alle Hullerunen haben. Und dass ich nie Wounds abbringe, hm. So. Okay. Dummer Motherfucker. Warum strippen die immer alle Elisha, hm. Aber ist egal, so. Ist gut. Wow. Nicht mal den Kinky Gap gekillt, aber... Ja. 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 Dominik, hm. Ja, komm. Ja, komm. Was soll schon passieren? Okay. Okay. Ach Gott. Ja. Nice Reset, Zeros. Okay. Freeze. Kann man irgendwie Domi killen? Ah, fuck. Tiana. Ja. Machst auch keinen Schaden. Nice Defense Break, Galleon. Nice Dot, Zeros. Bist du verrückt? 81 accuracy, Zeros, ne? Ihr Scheiß, Naryl. Ja. Ich glaube, ich will nicht so much gewinnen, hm. Der Ariel wird halt meinen, meinen, meinen Zeros mördern. Fuck Riley. Okay. Ja, okay. Ja, das ist halt wieder so... Das ist einfach der Klassiker. Das ist halt, ich meine... 81 accuracy. Wofür, ne? Wofür? Ich weiß es nicht. So, was ist das, hm? Ja, komm. Sagen wir nicht, dass mich die Barbara outspeedet. Ich bräuchte ja nicht mal ein Speed Lead. Die Iris ist ja schneller. Jesus. Nicht mehr die drecksten. Oh mein Gott. Irgendwie die scheiß Iris-Skill, hm. Vioproc-Kill wird nicht reichen. Äh... Okay. Uh, nervig hat der... Die Woche da von dem Inter-Server scheiß. Nein, Lucien. Du musst überleben. Ja. Ach, komm. Geh mir nicht an euch, Luis. Wirklich. Jesus. Nein. Yo. Trippelstun. Ja. Aber wir werden nächstes wieder Passiv mit dem Fairy King, Ray. Ja, hör auf zum Vioprocken. Geh mir nicht am Sack ohne Spaß. Ich will ja jetzt nicht 20 Minuten spielen mit Destroy oder irgendwas. Ja, protecte dich selbst, du dummes Mistviech. Was ist denn fucking ernst? Ja. Ja. Komm, mach damage. Junge, wie mach... Es ist mein... Keine Ahnung, was für ein Windpender das ist. Schau dir mir. Okay. Wurscht. Okay. Wir hätten wieder Passiv mit dem Fairy King already. Okay. Okay. Danke, Iris. Jesus. Wie lange hat der fucking fight, der gerade hat, Iris? Ja. Okay. Danke, Iris. Oh Gott. Okay. Aber da könnten wir ja... Scheiße. Jetzt hat der... Ja, dann... Dann bringen halt das Team da, keine Ahnung. Und dauert es halt jetzt... Keine Ahnung wie lang. Sehr lang auf jeden Fall. So, die... Chiana kann ich mich gerade verkackten, ne? So, lass irgendwie den zweiten Skill machen, dass Polack fünf Stacks kriegt. Jesus. Chiana kommt zweimal dran, aber... War Gott sei Dank wieder zu dumm. So. Jetzt warten wir halt noch dreimal, bis Molong Reckless Ready hat, ne? Aber... Ja, irgendwann gewinnen wir es halt. Aber den Fairy King, den können wir eigentlich so killen. So. Cleans. Kein Plan macht der irgendwie von Molly, was weiß ich. Ist eh wurscht, oder? Jo, lass killen. Haben eh Defense-Buff, macht eh keinen Damage. So. Molly shieldet sich selbst. Selfish, wie immer. Komm her. Scheiße. Macht ja absolut null Damage mit... Vier Stacks. Und... Kill Emilia. Nice. Okay. Nächste Grund nochmal Reckless. Stinks the Booms ist auch down. Naja. Hat ja gar nicht so lange gedauert. So, haben wir noch einen. Ein Kaki, aber... Tja. Im Volverg-Mono kann halt auch nichts machen. Hm. So, was haben wir noch? Hm. Warum nicht, oder? Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Dass der Kaki die Bombe resiste? 91 accuracy, Sierra. Ja? Also. Ähm. Okay. Okay. Luschen down. Okay. Danke, Silano. Resisten nicht. Okay. Problem ist halt, es wird nicht reichen, oder? Egal. Oh, nice hier. Luschen mit Endur-Buff. Ich finde das immer wohl lustig. So. Na gut. Hat ja geklappt. Okay. Na dann. Zeig, was du kannst, Luschen. Okay. Bernard durbt nicht. Frosted durbt nicht. Fairy King durbt nicht. Er hat sich so behindert. Das ist so dumm, die AI. Ohne Spaß. Mach doch deinen scheiß dritten Skill. Hättest eh nix gekillt. Boom. Down ist er. Das ist wirklich... Das, das... Heute habe ich irgendwie so ein Labyrinth gemacht. Die, die Toa-Stages, ne? Und ich spiele das mit Double Recar, Fire Grim. Gany und Riley. Und du schaust zu und... Die Recas, ja? Alle, alle, beide, beide Skills ready. Und sie machen's nicht. Und sie machen's nächste Runde wieder nicht. Und sie machen nächste Runde wieder nicht. Weißt du, dass ich dann irgendwann einmal ausgetucked bin. Und den Scheiß dann halt selbst gemacht habe. Also, keine Ahnung, was man mit der AI abgeht. Also wirklich... Ach du Scheiße. Seraph, ha? Ja... Zu langsam, aber... Mach's gut. Ich meine, ich hab eh wusste, dass Seraph überlebt, aber... ... ... ... Das ist nicht die beste Defense, wenn du nicht outspeeden kannst. Mit einer Tiana. Boah... Das ist ein Fall dafür. Was ist das? Na gut, ich sehe ruhig. Das können wir irgendwie bringen noch. Das wäre irgendwie noch gut. Lass uns... Lass uns Gögel bringen, ha? So... War vielleicht auch nicht so gut. Alles Wind-Units. Ja, natürlich. Fokus auf... Fokus auf die Overpulse-Units, ha? Fokus auf die Overpulse-Units, ha? So... War irgendwas resisted, Riley? Ja. Ja. Gott sei Dank, ha? Scheiße, eh? Hey, lass mich... Lass mich ein Scheiße, Dominik in Ruhe. Okay, wir haben uns zwei gepackt. Scheiße, ich ahne... Irgendwie den Evil zerstört, ha? So... Oh Gott, der lebt immer noch. Okay. Ja, komm, ha? Okay, jetzt lebt er einfach nicht mehr. Jesus... Was killt denn dann mit Pendo so? Scheiße, Juno? Mach mal was, Skogel! Penda, nein! Skogel! Na, Gott sei Dank, ha? Na, Gott sei Dank. So... Who's next? Okay, aber eigentlich... Warum nicht? Lass mal irgendwie Skogel drinnen. Scheiße, Windpenda. Ja... Wann hätten wir Defense Breakout für Dominik, aber... Ja... So, was fokusten wir überhaupt, ha? Ups... Ich glaube, Skogel wird eher relativ... Scheiße, ey... Relativ wenig Damage machen, weil es vier Targets halt sind. What the fuck, Scheiße, Kinky? Ist das denn ernst? Oh mein Gott, ha? Genius, oder? What the fuck war das gerade? Was ist das? Wo war'n wir da? Wo war'n wir da? Geht das da nicht auch mit, mit Molungen zum Scheiß? Ja, kein Plan. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr gerade. Was... Was ein Scheiß gerade mit dem... ...dem Kinky. What the fuck? Genius! Einfach Defense Breakout für Dominik, ja. Na gut, ähm... Mach' den mal irgendwie weg, ha? Okay. Ich meine, der Lich hat auch nicht so das Problem. Halt einfach irgendwie so ein bisschen... Außer natürlich mein Molung-Fight dann schon. Aber glaube ich nicht. Einfach halt ein bisschen runterhauen, ne. Das ist halt so auf 60% oder was ist ein Molung dann irgendwie reckless. Dann passt das schon. Irgendwas ist auf Destroy von denen. Entweder die Molly... ...oder der scheiß Karnel, hm? Ist da irgendwas? Gott. Ist so schlecht der zweite Skill geworden. Ich glaube der Karnel ist auf Destroy. Dann... Geht sieht das aus? Na gut. Dann machen wir erstmal irgendwie den Lich weg. Nice. Wow. Double Stun Molung mit zweiten Skill. Nicht, dass irgendwas gebracht hat, weil die Molly eh rausgeploppt ist, aber hey. So, wieder 5 Stacks. Nein, noch nicht. Aber jetzt. Okay. Und lass machen irgendwie auf die scheiß Molly. Dann haben wir Reckless. Über die nächste Runde. Bis dahin ist die Molly eh wieder voll. Ja. Ein Klassiker, hm? Oh Gott. Oh Gott. So langweilig grad. Prop Molung. Okay. So. Molly. Molly stirbt. Oh mein Gott. Wie lange haben wir letztens gebraucht insgesamt? 38 Minuten oder so? Schau mal wie fix, hm? Das dauert ja eh noch damit mit Auto. Ja. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Okay dauert nicht. 50 Minuten hat das ganze jetzt scheiß Ding gedauert. Hab ich noch irgendwas anderes gemacht? Keine Ahnung mehr. So. Jawohl. Na komm. Was hat man da ekelhaftes? Eigentlich. Damage haben sie ja nicht wirklich, hm? Na gut. So. Ich würde irgendwie sagen, Ni Gong zuerst. So in die Richtung. So. Irgendwie Arschloch Tag. Triple Stun. Nice Resist. Strip Molung. Nicht EINEN Strip. Geschweige denn, dass irgendwas gestunt hat oder irgend so'n Scheiß, ja? Wahnsinn. Gut. Egal. So. Machen wir's halt irgendwie. Oh nice. Das war wirklich nicht schlecht. So. Kann man die Braha One-shotten. Mit Slow-Motion. Schaut aber gut aus. Jo. Kann man. Blau den Scheiß. Hm. Death Break. Proppt ja nicht mal. Nicht mal ein Resistant ist. Proppt ja nicht mal. Ja. Scheiß ehrlich. Strip. Strip. Du sollst Strip nur nicht stunnen, du Mongo. Aber. Ist eh wurscht, hm. So. Killy Molly. Klau den Scheiß. Hat der Helfer irgendwie runen? Mit der Uhr wenig. So. Kann man One-shotten. Branding. Na scheiß ehrlich. Klau den Dreck. Klau den Dreck. Strip den Dreck. Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens. Hier. Wie heißt der? Dominic for the win here. Mit Teal Block. Was? Ein Destroy oder was? Klau den Scheiß. Strip den Scheiß. Mach irgendwas mal Dreckspendo. Du bist echt useless. Der zweite Skill ist so schlecht geworden. Strip den Scheiß. Danke. Reckless den Scheiß. Gott. Ha. Ha. Wahnsinn. So. Wen haben wir dann noch behindert? Tja. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ha. Pick dich, Juna. Okay. Tja. Mach's gut, Appellio. Hör doch mal auf mit deinen Stunts. So. Boom, 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 boom. War fast ein Khaki one-shotten, ha? Ah, ein Kinky. So. Erst. Staios. Wahnsinn. Boah. Musst du wieder, mein Scheiß, Dominic stunnen? Hörst du das Death Break? Komm, kill ihn, ha? Achso, das geht wieder. Ja. Er ist behindert, dass er das Schild bekommt. Er soll's irgendwie erst am Ende vom Attack oder so bekommen. Das wäre irgendwie cooler für mich. So. Kill ihn. Scheiße. Ja. Lande mal Heal Block, ha? Stuck dem Blödsinn. Und Reckless. Na gut. Gar nicht so übel irgendwie Molo und so, ne? Gegen hier... ...Halforst und so. Ich meine Zeit haben wir ja. Holy shit. Letzter Attack. Ja. Warum nicht? So. So. Boah. So, wir versuchen. Kommt sicher die Riley gleich dran. Gehen wir an. Gehen wir... Riley oder Molo? Oh. Na dann. So. Wir haben wieder 5 Stacks. Ja. Ist eh gewischt. Dominic ist halt zu langsam. Gerade wegen Slow Debuff. So. Okay. Cleanse den Slow Debuff. Kannst du den Kinky jetzt killen? Na. Na gut. Egal. Hätte ich gewusst das mal beigepockt. Und dann hätte ich... Ja. Double Damage auf Kinky gemacht. Aber hier. So. Ja. Kein Plan, ne? Kill. Ah. Das ist doch urbehindert gerade hier. Das ist doch urbehindert gerade hier. Wann hast du Reckless Mode um? Nächste Runde erst. Boah ist das nervig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum hat man wirklich jetzt Reckless? Das wäre nicht schwer. Malung darfst jetzt nicht irgendwie verrecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sollte es doch nicht mehr. Der zweite Skill ist so schlecht. So. All weg. Immer noch 4 Stacks. Wie wäre es mal mit Vioprocs Dominic? Schwecklst heute irgendwie. Okay. So. Das war's mit der Molly. Machen wir hier Dingster Boomster und haben wir Reckless oder so. Ja. Hammer. Gott sei Dank. Na gut. Ich glaube das war's dann. Machen wir heute irgendwie nicht so besonders. Ich meine. Ja. Bisschen Bullshit dabei. Bisschen Fail-Teams. Wenn wir jetzt irgendwie. Bier frei zum Beispiel verloren. Na bumm. Jetzt kann ich mir gar nichts. Und dafür kriege ich auch noch ein Haufen Rewards. Naja. Und ich würde so gerne endlich meine Scheiß. Ich habe so Bock in. Keine Ahnung. Einfach weil ich weiß, dass ich schon so viele Summons habe. Ich weiß, dass ich ihn im Net5 bekomme. Wahrscheinlich eh nichts besonderes. Was kriegen wir da für eine Overpowered Legendary Rune? Okay. Okay. Wie bist du gerollt? Keine Ahnung. Irgendwie crappy. Kein Speed halt, ne? Und und. Naja. Wurscht. Legendary Scroll. Was haben wir schon? Ich meine. Ich warte mindestens mal, bis wir die Transcendence aufmachen. Aber halt. Ja. Ich weiß halt nicht. Was mit diesem Gerücht oder was auf sich hat. Das so eine. Collaboration oder was wiederkommt. Irgendwie. Ich meine. Könnte schon sein. Und das Ding ist halt. Es gibt eh nicht mehr so viel, was ich will. Deswegen wäre es einfach dumm, wenn ich halt das aufmache. Aber. Ich hasse es. Zum Warten und zum Sparen. So ein Scheiß. Allein die. Ja. Was sind es? 17 LD Scrolls. Ja. Da könnte irgendwas. Keine Ahnung. Gilly hat heute Yonhong bekommen. Dreckiger Bastard. Ich meine. GZ und so. Aber nicht, dass ich es. Ich meine. Ich würde Yonhong gar nicht mehr haben wollen. Ich habe 24.000 von diesen Steinchen. Keine Ahnung. Wie lange ich da jetzt irgendwie schon spare. Und es ist. Es kommt einfach nix. Ich meine. Zum Beispiel. Ich würde. Ich würde irgendwie einen zweiten Genny nehmen. Ja. Aber das ist ja nix. Und was mache ich irgendwie mit nem Chao und nem Chivu. Ja. Keine Ahnung. Naja. Naja. Ne gut. Ähm. Okay. Immer noch nur 4 Defense Wings. Naja. Egal. Ich hoffe wir gewinnen den mal jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube ich selber voll scheiße. Naja. Und ich hoffe irgendwie beim nächsten Mal. Schaffe ich irgendwie mehr als 21 Wings wieder. Aber hey. Lass noch keine Art Team machen. Ich habe meinen Wunser heute geupgradet. Er hat jetzt 100. 100 Accuracy und 1 Speed mehr. Was ich gemacht habe. Ja. Ich habe. Weiß ich nicht. Woher. Diese Rune da. Und. Ich habe da Attack rein gejampt. Das waren Legendary Dings. Hätte plus. Plus 15 haben können. Aber natürlich. Low Roll. Ja. Ja. Ich habe leider keinen. Kein Grind. Und. Ich habe jetzt. Das. Das. Teil habe ich irgendwie. Wie man. Ist halt irgendwie. Ur crap. Ich habe irgendwie nichts vernünftiges. Ich will jetzt irgendwie die Crit. Den dritten Skill Crit Shard irgendwie nicht raustun. Weil. Könnte man irgendwie mal für was anderes brauchen. Das Ding ist halt. Ich will halt irgendwie. Ja. Ich sehe nicht. Lass uns machen. Ähm. Das Artefakt. Was ich bei irgendwie drin hatte. Hat irgendwie. Damage. Plus. Irgendwie. 130. oder 133 Prozent Speed. Und ansonsten halt. Accuracy am ersten, zweiten und dritten Skill. Was wir halt jetzt nicht mehr brauchen. Weil wir halt 100 Accuracy haben. Was wir eigentlich auch nicht brauchen. Weil 100 Accuracy sowieso eine Lüge ist. Also. Keine Ahnung. Ich habe für den Fall der Fälle. Ich habe für den Fall der Fälle. Ich habe mein. Mein Feuer Rewitz irgendwie halt auch gerund. So. Weil es irgendwie einen Fight gegeben hätte. Wo er echt gut war. Ach Gott. hier. Striker Oliver. Kann ich wieder raus aus dem. dem Artealer. Scheiße. Okay. Ha. Ja komm. Ich mache es jetzt einfach. Okay. Jetzt bin ich auch so eine Pussy mal. Ich habe halt jetzt auch. Natürlich. Keine Ahnung. Was ich irgendwie machen soll. Ähm. Entweder sein Last Pick Bunnen. Das ist auch mal nicht vor. Ja. Aber das ist ja nicht. Wollen wir jetzt ehrlich sein. Ich habeci. Ich habe eine Ball. Jeesss. Tja. Was soll ich da machen. Was soll ich da machen. Ich habe. Keine Ahnung. Bandmann-Hahn Ah, lass den nehmen Okay Also mit Hahn-Bahn hätte ich ihm nicht gerechnet So Können wir irgendwie stunnen Krittet auch, Junge So, wir müssen wahrscheinlich mit Jogan resetten Hat er auch bekommen So, wir machen halt trotzdem den dritten Skill Einfach für Damage Nice Komm, kill den Nicht genug Ja, ich fühle mich so schlecht Nein, tue ich nicht Aber irgendwie schon Okay, Block ihn 100 Equacy Ich will halt andauernd Deckbreaker landen auf meinem Feuer-Review Entstanden Das lieb mich nicht Dort Kill Wir gewinnen Oh mein Gott, das ist so dreckig Ja, ja, Junge Ich weiß Ich weiß eh Ich weiß eh Du bist mad Aber ich kann es falsch Oh mein Gott Ja, was soll ich machen Ganz ehrlich Ich weiß eh Das ist absolut Aber Ja, was soll ich machen Ich will irgendwie Denn er hätte nicht Hahn bannen sollen Weil Ich weiß nicht Ich mein Also Er spielt halt irgendwie auch So auf Speed Also entweder Er hätte halt so So sage ich mal Belieft in seine Swift-Runen Oder halt eben nicht So Jesus Also Normal hätte er Liu Bannen Aber ich weiß eh halt wegen Wunser Aber ja So So What's That Er braucht auf jeden Fall Ein Speed Lead eigentlich noch Zum Schluss Okay Dann nicht Okay Das hab ich mir eh gedacht Wir haben halt relativ wenig Damage Jetzt wieder Das ist irgendwie auch Kacke Naja Nadascrollen Wenn möglich So Okay Reduces Reset Den Pinsel Oh Ich hab' ich bekommen Ne Okay Damage Und Pinsel Okay Kill den Dann kommt die Nana Gleich raus Die beiden Haben eh Silence Oh Nice Okay Stun mich nicht Wieder ein Double Stun Defense Break Nice Oh MVP Aber er hätte eh noch Ne Runde Ne Runde Silence Aber ich weiß genau Der wird Der wird sicher Grad raus Blocken Naja Gar nicht übel Na gut So Genug Glück Für heute Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Danke fürs Zuschauen Und bis Nächste Woche Dann Runde 3 Inter Server Hoffentlich Ja Besser als heute Aber Ist eh scheißegal Ganz ehrlich